Es ist doch einfach unfassbar, was in diesem besten Regenburg in Deutschland aller Zeiten abgeht, oder? Also, rein demokratisch gesehen. Noch am Sonntag, als das Wahlergebnis dann offiziell verkündet wurde in Sonneberg, habe ich gesagt, oh, jetzt greift Mutti Merkel aber sicherlich wieder zum Telefon, oder? Ich meine, da war ja mal was in Thüringen. Und dann so eine Nachricht. Digga, Digga, Digga. Ein Sesselmann von der AfD soll nun also eine Gesinnungsprüfung ablegen, ob er für das Amt als AfD-Landrat geeignet ist. Euer Ernst? What the fuck? Wie wäre eine solche Gesinnungsprüfung zum Beispiel bei einem Lauterbach, der Corona-Maßnahmen beschlossen hat, ohne jegliche Fakten und Evidenz auf die Wirksamkeit, der von kleinen Kindern verlangte, im Hochsommer die Maske zu tragen, sich jetzt aber Sorgen um die Menschen macht, wegen Hitze! Oder ein Jens Spahn, der auch pro diesen Maßnahmen war und am liebsten das ganze Jahr 2022 2G-Beschränkungen einführen wollte. Heute ist er aber Energieexperte, und das bei den höchsten Energiekosten. Oder ein Olaf Scholz, der komplett cum ex-korrupt ist, sich aber als Bundeskanzler nicht mehr dran erinnern kann. Oder unsere Regenbogen-Deutsche-Ukrainische Außenministerin Baerbock, die trotz mäßigem Schulenglisch unsere hart verdienten Steuergelder ins Ausland transferiert. Also mit dem Mindset eines Habeck? Deutsche Deindustrialisierung, ja, aber Steuerzahler dürfen trotzdem weiterhin zahlen. Mit Mitteln, würde der Herr Lindner jetzt sagen. Digga, ich könnte stundenlang weitermachen und alle diese aktuellen Spitzenpolitiker auseinandernehmen. Was ich damit allerdings sagen will, wenn jemand eine Gesinnungsprüfung ablegen sollte, dann ist es definitiv nicht ein Sesselmann aus Sonneberg, Thüringen von der AfD, oder? Wie seht ihr das? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert den Kanal. Jetzt bin ich raus. Schönen Abend noch. Haut rein. Schönen Abend noch.